UNTERTITELUNG Meine Statistik sagt mir, dass du mit 80%iger Sicherheit hier wieder auftauchst. Du hast doch gesagt, du sollst mir dich abholen. So gehörst du zu den 20%, die ich nicht mehr sehe. Wir sehen uns garantiert nicht wieder. Willst du mal anfassen? Was? Voll an die Titten gegrabt, Junge. Du hast als Einziger mich im Knast besucht und du hast mir immer den Rücken gestern. Deswegen bist du mein einziger Kumpel. Kämpf, Mann! Komm! Schieße! Hast du ihn da gefasst? Schiet doch mal, Mann. Ich dachte, wir machen hier Rap oder so. Gangster. Wir hätten uns doofes Langeweile kontrollieren müssen zulassen. Ich respektier das doch, Mann. Du respektierst das? Sind sie die Mutter von Tommy Weber? In meiner Wohnung werden keine Drogen mehr versteckt. Ich hab viel mehr Scheiße gebaut und ich bin auch in der Kanacke. Und die Ratzen bei dir? Irgendeiner hat dich verraten, Mann. Wie geht's dir? Deine Gefühle mehr hier und hier. Der andere hatte ich einen Verräter genannt. Wie bitte? Jemand hat mich verraten. 70% von denen, die hier sitzen tun es. Hast du in 6 Monaten im Knast keine Gedanken gemacht? Mann, ich will keinen Scheißgangster zum Freund. Ich dachte, du rufst mich an. Sorry, ja, ich vergesse. Das ist doch nicht ernst. Ich lieb dich. Scheiße. Kann ich's zurücknehmen? Bure Boss! Scheiße auf unser Plan, oder was? Das ist dein Koks-Fuckerplan. Du hast uns verraten, du Fixer. Du hast uns verraten. Komm, nimm dir so, Mann. Ich geh nicht an. Schlag mich doch mal! Schlag hier! Hier, seit sie mich schlagen. Komm! Alter, ich halt mich einfach fern von diesen Fuck-Ups. Verstehst du, was ich meine? Kannst machen, was du willst. Mir kackegal, all Aggressionsprobleme. Was ist los mit dir, Alter?